Musik 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 Da sieht man es mal wieder, wie hochherrlich es ist, wie der Papel in dem Markt kommt. Es ist ja wieder eine unheilige Allianz. Musik Oh ja, ich folge euch so lange, mir fällt ja noch ein Hohsamen für mich ab. Ich bin von dem Bäcker hier, dieses Mädchen. Musik Na ja, das schielt nicht nach mir, das schielt nach dem Berliner hier. Musik Immer wieder das selbe. Musik 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 Oh mein Gott, das geht wieder Haul hier von dem Markt. Musik 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 Ich hab gedacht, die Prachtzeit ist neun Monate, aber seit gestern habt ihr euch ganz schön vermehrt. Seid gegrüßt, Volksweidebau! Normalerweise vorgetöne an dieser Stelle von eurer Seite ein lautes Handgeklapper. Aber ich seh's selbst, ihr werdet des Handgeklappers müde oder wisst gar nicht, wie es funktioniert. Auch, dass ich, der Markvogt der Heideburg, Franziskus von Marienburg, euch dies einmal heutige Freiburg tät. So bitte ich doch an jede von euch, aber seine linken Augen in die Höhe zu strecken. Den linken Augen... Lauf richtig davor, vor die Bühne. Das ist kein Problem. Ja, das ist doch nicht. Dann nehmt ihr euren Linken in die Höhe direkt den Arm und neigt den Arm und gerade nach vorne. Ja, mit dem Arm! Mit dem Höhe! Und dreht auch den Rechtern in die Höhe gestreckten Arm und beide in der Gerade nach vorn. Und nun bewegt ihr eure... Langsam! Ja! Ihr sollt euer Weibel nicht befummeln, Herr! Ich seh's genau! Dann bewegt ihr eure beiden Handflächen ganz langsam zusammen. Könnt ihr mir da folgen? Nein! Nein! Dann bewegt ihr eure Handflächen etwas schneller auseinander! Und wieder zusammen! Auseinander zusammen! Auseinander zusammen! Applaus Auseinander Applaus Applaus Musik 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 Zur Frage hier ins Volk der Eineburg sind... ...wann du, wann du, dann lass ich zu. Ah, passé. Er kriegt den Blatt auf dem neuen Pferde, Null-Uhr-Police. Richard de la Poche traf den Sack ein, Oculi für Richard de la Poche. Doch Heinrich von Drachenfels verfehlte den Sack leider auch. Für Heinrich von Drachenfels Null der Oculi. So, aber nun der zweite Durchgang ist wieder an. Manfred von Württemberg. Ich bin schon, wenn man weiß, diese Sau zu treffen. Ein Treffer, ein Oculi.